Ich vergebe dir ihre Brüste, die hat ja wunderbare Brüste. Ein Mann! Ja, aber das Leben ist doch ohne Frauen nicht zu ertragen. Ich bin ja so glücklich, dass es euch Frauen gibt. Ich brauche keinen 500er Mercedes-Benz, ich brauche keine Villa in Nizza, ich brauche nur eure warmen Geschenke. Wenn die sich öffnen, dann sage ich, das ist der Sinn des Lebens. Auf diese Art und Weise hört sich vielleicht ein bisschen frivol an, aber man merkt besonders, wie sehr Frauen uns beglücken, wenn sie uns gerade verlassen haben. Ich bin auch gerade verlassen worden von einer wunderbaren Frau und plötzlich merke ich, so eine Scheiße, sie war doch besser, als sie gedacht hat. Selbst wenn man was verloren hat, dann merkt man, oh, was für eine Scheiße. Ja. Was ist denn mit dem Mann hinterher? Ja. Das ist so. 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 Okay. Ich habe ein besonderes Verhältnis zu Wuppertal. Im ersten Lied, was ich damals in der ZWP gerade gesungen hatte, 1972, kam bereits Wuppertal drin vor, ja. Weil alle sangen damals in der Hit-Beraden, zum Beispiel Michael Holm, der sang über Mendocino, wo keine Sau weiß, wo Mendocino liegt. Weißt du, wo Mendocino liegt? Aber das ist ganz zu sagen. Nördlich von San Francisco. Wen interessiert Mendocino? Doch keine Sau, ja. Und Rex Gildo sagen, Hossa, Hossa, Mexiko. Wo nicht der Mexiko überhaupt? Ja, unter Feuerland. Südlich von... Nein. Oder zum Beispiel Bata Illich sagen, ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii. So eine Scheiße. Ich habe nur Sand in den Schuhen von Norderney, ja. Und so habe ich mich entschlossen, über deutsche Städte zu singen. Und das war der erste Song. Ich werde besucht im Regulafen. Ich werde besucht im Wuppertal. Ich kann nachts nicht ruhig schlafen, denn man sucht mich überall. Ich werde besucht im Mönchengladbach. Ich werde besucht im Wuppertal. Ich kann nachts nicht ruhig schlafen. Über all der Suchfamilie. Jetzt habe ich den Text vergessen. Dabei lebe ich in Reginas, Apartment in Berlin. Und ich hallo, sie bleibt unten, weil ich so ängstlich bin. Und sie meint, es kommt mit mir, wo Zigaretten stehen zum Wein. Und ich weiß genau, Herr Brechter, bald ist auch sie allein. Denn ich kann nie lange bleiben. Trotzdem hab ich sie sehr lieb. Und deshalb kann man mich doch nicht jagen, so wie einen ganz gemeinen Lieb. Ich werde besucht im Wuppertal. Ich werde besucht im Wuppertal. Und dann muss ich arbeiten. Ich werde besucht im Wuppertal. Die Baupläne antwortiert. Ich meine Schlauheit.. Ist es sicher ist in einer solchen Musste In einer neuen Nummer 3. Hier sprechen wir Doncbois bei occurrence. Komm, 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 komm.